Herzlich Willkommen bei K-Man und Flexi! Und wir trinken heute die originalen Grimass-Shakes aus den USA um 3 Uhr Nacht! K-Man, K-Man, K-Man! K-Man, ich brauch deine ID! Nein, ich zock, wieso? Ich will zwei Grimass-Shakes aus Amerika bestellen, deshalb brauch ich deinen Ausweis dafür! Was? Neue Grimass-Shakes aus den USA? Ja, Mann, ich hab einen Shop gefunden, da kann man die bestellen, aber die Zeit läuft! Aber nicht sofort zum Online-Shop! Da, schau, K-Man, Mann, da sind die ganz Neuen von TikTok, der übrigens getrennt hat! K-Man, Leute, die Shakes sind der Wahnsinn! K-Man, wir müssen sofort zwei bestellen, ich geb meine Ausweisung mal ein! Zwei bestellen, weil du weißt, wie lange es braucht aus Amerika, ich will die sofort haben! Da steht's, drei Tage Express, Mann! Grimass-Shake! Grimass-Shake von McDonald's! Der Original-Tik-Tok-Virale-Hebbar! Und die werden wir um drei Uhr nachts trinken! Ey, Leute, wir melden uns in drei Tagen wieder, wenn die Wasser, oder? Lasst gleich da! Es ist jetzt drei Uhr nachts, die Teufelstunde! Und wir haben uns vor drei Tagen per Express die originalen Grimass-Shakes aus Amerika bestellt von McDonald's! Und schaut mal hier, und hier ist die Box! Und angeblich soll da der echte Grimass-Shake aus Amerika drin sein von McDonald's! Das Ding ist, die kamen per Fracht, also Luftfracht, deswegen wissen wir nicht, wie's da drin aussieht, ich hoffe, die waren gekühlt, ich hoffe, die Shakes sehen noch komplett neu aus, ich weiß es nicht, du kennst die Leute im Flugzeug! Das Problem ist, hoffentlich sind auch die Shakes noch drin, der Hype ist so groß, dass sogar Flugzeug-Mitarbeiter das öffnen und selbst den Shake bringen, egal wie er aussieht, ich bin froh, wenn der Shake überhaupt in dieser Box drin ist! Das wär mir am liebsten! Allein so ein Becher kostet hunderte von Dollar! Leute, hier, lass uns erst mal einen fetten Like da und schreib Trink in die Kommentare! T-R-I-N-K! Wenn man durstig ist, trinkt man einen Trink! Trink, Freunde, wir öffnen diese Box in 3, 2, 1... Ich kann gar nicht hingucken! Bitte! Einer ist schon mal da, wir haben mal was heil bestellt! Ja! J-K-Plexi-Mars! Wir haben's heil überstanden, aber auch kein Scheiß! Alter, was ist das? Eiswürfel! Eishagel oder was? Die haben mal alles gedacht, Eiswürfel! Aber schau mal, das Eis war bestimmt randvoll und ist geschmolzen! Alles geschmolzen, Freunde, Mann! Aber Gott sei Dank, Leute, schaut mal! Wir haben den Original-Shake, es hat wirklich funktioniert aus Amerika, Mann! Wir haben hierfür 99 Dollar pro Shake gezahlt, also fast 80 Euro! Versandt, alles kommt danach zu! Der Celebration-Shake, das ist der Shake überhaupt! Jeder in Amerika will diesen Shake haben, jeder! Alter, hier ist Grimace Top! Schau TikTok, überall! Pick this or this! Wähle das oder das, Mann! Es ist aus der Marika! Im Menü Celebration! Hier steht Celebrate! Wir müssen seinen Geburtstag feiern und das wisst ihr auch, darum geht das in diesem Ritual! Ganz genau! Und des Witzes, wir haben jetzt hier den Shake und den analysieren wir jetzt erstmal zusammen! Ja, ich würde sagen, Flexi, mal weg mit den ganzen Eisboxen, die brauchen wir nicht! Komm, komm mal ruhig! Gott sei Dank! Wir öffnen jetzt erstmal den Deckel für euch! Flexi, mach deinen auch gerne gleichzeitig auf! Okay! Okay! Bei mir ist die Sahne ein bisschen geschmolzen schon! Ja! Überlegt mal, es war ein Flugzeug und alles! Auf jeden! Riecht nach Sahne frisch! Riecht nach Sahne und fresh, oder? Und nach Zucker! Und nach Zucker! Ein bisschen Zucker ist auf jeden Fall auch dabei! Okay, warte! Lucky darf man als erstes probieren! Nicht, dass was passiert! Lucky! Ich glaube, bei der Sahne passiert nichts! Es ist nur Sahne! Nein! Ich glaube, das Schlimme ist der ganze Shake und nicht die Sahne! Alter, Flexi, was sollen wir machen? Oh, ich weiß nicht! Halt, 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 halt! Du hast gesehen, was passiert, wenn man den trinkt, oder? Ihr wisst alle, was passiert! Verrückte Sachen! Leute, ihr könnt's nachschauen, wenn man den trinkt! Man liegt da rum! Es passiert verrückte Sachen, Cayman! Nein! Nein! Noch nicht! Alter Flexi! Was ist? Der ist sowas von lecker, Mann! Der schmeckt nach Vanille mit einem Hauch von Traube! Unfassbar lecker! Ich trau mich aber nicht! Dann warte noch! Ich weiß nicht, Mann! Leute, sogar mit dem originalen Strohhalmer aus Amerika! Wir haben echt an alles gedacht! Vielen, vielen Dank! Aus Plastik noch geile Zeiten für! Auf euch, sozusagen! Schmeckt's wirklich? Schmeckt's wirklich? Aber es passiert nicht! So weißt du, es ist 3 Uhr nachts, Teufelsstunde! Und du machst diesen Shake! Okay? Alles okay! Ich hab dich gewarnt! Ich hab dich gewarnt, wenn man diesen trinkt, schau, was passiert! Du wirst ja zum Cream-Ace! Nein, Mann! Flexi! Du bist ja jetzt, deine ganze Hand ist lila! Tinka, es geht nicht jetzt schon wieder los! Ich dachte, es ist alles Spaß! Nein, ich bin schockiert! Ich dachte, es ist Spaß und Fake auf TikTok, aber... Ach so, du dachtest, sie machen das einfach so! Ja, aber... Hier ist der Beweis! Du hast getrunken und das Ganze um 3 Uhr nachts und was ist passiert? Flexi, trink sofort auf! Flexi, trink! Wieso? Flexi, bitte trink auch, Mann! Schau mal deine Hand an! Leute, ich will doch nicht alleine! Wir haben jetzt zu Ende gehen! Wir haben gesagt, wir machen alles zusammen! Bitte, Flexi, trink! Ich trink, Flexi, bitte! Ja, ich trink, ich trink, ich trink! Vielleicht war es nur deiner, vielleicht ist meiner cool! Ich trinke es zu krank! Und? Das schmeckt echt gut! Hammer, Leute! Das ist einfach geil! Und? Der ist echt lecker! Weiß es nicht! Und? Und? Flexi, und? Hä? Der hat nix! Ich hab getrunken und ich hab nix! Ich sag's euch, Freunde, warum verwandle ich mich mit Flexi nicht? Nein, wirklich gar nix! Du musst noch mehr trinken, du hast wahrscheinlich zu wenig getrunken. Das kann doch nicht sein! Noch mehr! Guck mal, ich bin noch verwandelt direkt! Bei mir ist nichts passiert! Bei mir ist nix! Mein Shake ist wirklich clean! Trink, 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 trink! Mehr, 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 mehr! Und Flexi! Wie das? Ha, ha, ha! Mein Gesicht, Flexi! Mein ganzes Gesicht, Mann! Ha, ha, ha! Schrauske! Und mit Spiegel! Ich brauch einen Spiegel! Hier! Es ist 3 Uhr! Alter, und ich sag's doch! Die Teufel, schunde, Freunde! Es funktioniert! Mein Gesicht! Es funktioniert und wir werden dieses Video nicht beenden, bevor wir diesen Drink nicht ausgedrunken haben, Leute! Wir werden mit euch diesen ganzen Drink ausdrinken! Mal gucken wir wieder nach Hause hin! Mein Gesicht! Leute, lass jetzt noch mal einen Like da und schreibt Trink in die Kommentare! Nein! Nicht weiter! Nein! Ich bin gespannt, ob das Nächstes kommt! Nein! Oh mein Gott, Freunde! Ich will gar nicht wissen, wie ich mich verfärbt habe! Deine Arme, ey! Nein! Leute, es wird immer schlimmer! Es war nur die Hand! Und jetzt der ganze Arm! Aber die Hand ist nicht! Die Hand ist frei und die nicht! Aber hier ist der Arm frei! Ich sag dir, was der Shake macht, was er will! Ich sag dir was! Cremassen! Der schneidet Cremassen! Das findest du geil! Aber du wirst ja lila! Wir werden lila alle! Nur weil wir Grimace alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben! Und das Ganze auch noch um 3 Uhr nachträglich! Alles Gute zum Geburtstag nachträglich! Aber eins muss ich dir lassen! Ich muss weiter trinken, weil er schmeckt einfach zu guuuuut! Ich muss trinken! Alter Flexi ist krank! Wie viel trinkt der? Nichts! Nichts! Halt! Meine Hälfte Gesicht! Digga! Digga! Ahhhh! Was geht's dir ab? Mein Bein! Was ist hier los? Mein Bein! Was mach ich denn jetzt? So können wir doch nicht mehr rumlaufen! Warte mal Freunde! Bevor wir das hier zu Ende trinken, Mann! Wann? Ende dieser Zaubertag! Wann verwanden wir uns zurück? Was ist denn die Idee? Hat stand hier? Hier nennt ja irgendwas in der Box drin! Leute! Wisst ihr was es mit dem Shake auf sich hat? Dann schreibt es mal in die Kommentare! Und lasst ein Like da für die krasse Kacke! Steht da irgendwas? Nix! Vier! Was? Was? Stimmt! Die Teufelsstunde geht immer bis 3 Uhr bis 4 Uhr! 3.59 Uhr ist die Teufelsstunde vorbei und um 4 Uhr geht sie ab Ende! Das heißt aber wir sind jetzt mindestens eine Stunde so! Egal! Ich trink weiter! Was? Bist du dir sicher? Nein! Nein! Bitte! Es muss aufhören! Ihr wisst was jetzt kommt! Nein! Du siehst ja aus wie der Stormtrooper von ID Zock! Dein ganzes T-Shirt ist nie lang geworden! Was? Deine Hand alles! Nein! Mein T-Shirt war weiß da vorne mit! Ja! Das war fast so wie weiß! Jetzt ist es komplett lila! Nicht nur die Haut! Was mit meinem Gesicht? Das ist noch komplett Cayman! Wie das noch komplett? Nein! Das ist nicht so wie meins! Hey Mann! Der Shake macht was er will! Dann fehlt mir vielleicht noch 1-2 Schlücke für die komplette Verwandlung! Und dann werden wir jetzt, wenn ihr jetzt alle nochmal einen Daumen nach oben werdeten! Und wir jetzt den Shake zusammen trinken! Tee! Also nicht wieder Drink! Sollen wir zusammen trinken? Trink! Trink! Dann würde ich mal sagen, auf die Celebration! Zieh! 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 Ich muss sagen, der schmeckt ausgezeichnet. Komm, ich trinke noch einen Schluck. Aber noch einen. Der schmeckt einfach so lecker, Leute. Wenn wir zu viel trinken... Lieber, trinken so lecker. Und? Wenn wir zusammen trinken, passiert nichts. Alter, das ist der Trick. Digga, dein ganzes Gesicht ist voll. Deins ist ganz voll. Wie meins? Was laberst du, Leute? Sind unsere ganzen Gesichter jetzt komplett lila? Und meine Haare? Die sind auch normal. Was ist mein Haar? Deine sind auch ganz normal. Echt? Hey, aber krass. Was denn? Wenn du trinkst und was anhast, das bleibt weiß. Nur die freie Haut wird lila. Echt? Ja, oder? Deshalb wurde auch dein Shirt lila und nicht die Haut. Wie krass ist das denn? Habe ich jetzt hier so einen Strich oder was? Ja, Leute, ihr seht es doch, Mann. Lasst mal ein Like dafür. Dein Gesicht ist aber jetzt komplett lila. Und wenn ich denke, meins auch, oder? Ich kann es nicht sehen. Das ist komplett lila, Leute. Ja! Was soll denn noch? Oh mein Gott. Was soll? Sollen wir jetzt wirklich noch weiter trinken? Oder wir müssen ihn zu Ende trinken und dann hört der Fluch auf. Ich weiß nicht. Nee. Ich trink doch jetzt nicht noch weiter. Was soll denn jetzt noch passieren? Was soll denn noch alles lila werden? Die stellen die von den Kleidern bedeckt in Flexi. Nein, Mann. Bist du dir wirklich sicher? Aber die sich... Ist er nur nicht leer? Leer ist er nicht. Eigentlich sollten wir schon leer trinken. Oder wir setzen uns erst mal. Bist du dir sicher? Und warten einfach, bis es vier Uhr ist. Bist du dir wahnsinnig? Es stand auch dran, man muss ihn austrinken. Und ich gebe dir nicht so viel Geld aus und trink dann den Shake nicht aus. Ich bin... Alter, es ist fast vier Uhr. Ja gut, dann trinken wir auch. Komm, wir trinken den aus. Ey, vier Uhr verwandeln wir zurück. Strohhalm dauert zu langsam. Meinst du? Komplett oder was? Auf Ex? Oder? Celebration. Happy Birthday. Scrimassengesicht. 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 Der ist einfach zu lecker. Ich sage dir ehrlich, egal auf das, am liebsten würde ich ihn direkt nochmal beschreiben. Ich auch, Mann. 90 Euro, 99 Dollar. Junge. Und jetzt? Ich muss kacken. Maxi, es hat geklappt, Freunde. Ihr hattet direkt um vier Uhr, verwandelt man sich wieder zurück. Die ganze VB ist weg. Wir haben es überlaufen. Weiß ich was? Wir haben es gerade überlegt und jetzt ist das Mann verlaufen. Oh mein Gott, Maxi. Ja, Maxi. Ja, Maxi. Ja! Ja!